Was geht ab Leute, mein Name ist Yoshimitsu. Das ist ein Shoutout für Rap4Aid. Ich selber bin mittendrin statt nur dabei. Es ist eine unfassbar gute Sache, die die Jungs machen. Und zwar sagen wir den Krebs, den Kampf an, speziell bei Kindern. Und ja, checkt einfach nur mal das Twitter von denen aus, Facebook, YouTube-Channel und so weiter. Rap4Aid, mein Name ist Yoshimitsu, peace. Rap4Aid, mein Name ist Yoshimitsu.